Hardy Rolls ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Hardy Rolls war erstmals als Darsteller Bull Markenzie im Film D.A.R.Y.L. der Außergewöhnliche zu sehen. Doch richtig bekannt wurde er erst in der Rolle des Don Riegli aus der surrealistischen Fernsehserie Pete & Petey von 1993 bis 1996 in drei Staffeln auf dem Kinderfernsehsender Nickelodeon ausgestrahlt wurde. Auch in diversen Werbespots war er zu sehen. Filmografie 1985 D.A.R.Y.L. Der Außergewöhnliche 1985 Alfred Hitchcock zeigt Fernsehserie 1985 Unbekannte Dimensionen Fernsehserie 1986 Der Hugen-Clan Fernsehserie 1986 Hunter 1987 Er kam aus der Sonne TV-Film 1987 Die Munchies 1987 Bates Motel 1987 Wahre Männer 1988 Blue Movies 1988 Daddy's Boys 1989 Die Glücksjäger 1993 zu 96 Pete & Pete Fernsehserie 1999 Für alle Fälle Amy Fernsehserie 2001 Daria Stimme 2002 Anode Toareiter 2002 Ed der Bowling-Anwalt 2002 Low & Order New York Fernsehserie 2005 Criminal Intent Verbrechen im Visier Fernsehserie 5 Untertitelung des ZDFG